Die Ausstellung wurde in der Presse ausführlich besprochen. 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 Sein Verhalten kennzeichnet ihn als einen anständigen Mann. Die Mutete wichte das Kind in den Schiass. Mama a legënat Copilul Panel a adormit. Die Mutete wiegte das Kind in den Schiass. Inamikula fußt alungat dinorash. Der Feind wurde aus der Stadt getrieben. Inamikula fußt alungat dinorash. Der Feind wurde aus der Stadt getrieben. Karl a trebuit să-și reclame vecinul pentru că făcea scandal în fiecare noapte. Karl musste seinen nachbarn verklagen, weil er ständig nachts randalierte. Karl musste seinen nachbarn verklagen. weil er ständig nachts randalierte. A realiza a reuși ceva? A realiza a reuși ceva? Nu mă aștept la prea mult de la ceea ce scrie în ziar. Ich würde mir davon, was in der Zeitung stand, nicht zu viel versprechen. Nu mă aștept la prea mult de la ceea ce scrie în ziar. Firma produce branză din lapte de capră. Firma produce branză din lapte de capră. S-au recitat poezii și s-au cantat cântece din folklorul copiilor. S-au recitat poezii și s-au cantat cântece din folklorul copiilor. S-au recitat poezii și s-au cantat cântece din folklorul copiilor. Es wurden gedichte und kinderlieder vorgetragen. Acoperișul este foarte înclinat. Acoperișul este foarte înclinat. Das dach fällt stark ab. Părul se poartă acum mai ales lung. 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 Partidul acesta are o orientare ecologică. Partidul acesta are o orientare ecologică. Părul se poartă acum mai ales lung. Părul se poartă acum mai ales lung. Părul se poartă acum mai ales lung. Cartea ne leagă de patria pierdută. Dieses buch verbindet uns mit der verlorenen heimat. La marginea satului drumul se bifurcă. Am ende des dorfes tailt sich der weg. Am ende des dorfes tailt sich der weg. Părul se poartă acum mai ales lung. Părul se poartă acum. Părul se poartă acum mai ales lung. Părul se poartă acum. Părul se poartă acum. A doborâ, a pronunța, a comunica. Felln, fällt, felte, hat gefällt. Feln, fällt, felte, hat gefällt. Poți să ții taktul? Kannst du den takt halten? Poți să ții taktul? Poți să ții taktul? Poți să ții taktul? Poți să ții taktul? Hanna facă egzărciți zilnic timp de ora. Hanna tunt täglich eine Stunde. Hanna faccia exercizi silnik timp d'ora. Hanna tun täglich eine Stunde. Partida Adversa ha comporat un Martor. Die Gegenpartei hat einen Zeugen gekauft. Partida Adversa ha comporat un Martor. Die Gegenpartei hat einen Zeugen gekauft. A confirma, a confirma într-o anumită poziție, a se compună din Bestätigen, bestätigt, bestätigte, hat bestätigt. Bestätigen, bestätigt, bestätigte, hat bestätigt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das passt wie die Faust aufs Auge. Verwickeln, verwickelt, verwickelte, hat verwickelt. Verwickeln, verwickelt, verwickelte, hat verwickelt. Verwickeln, verwickelt, verwickelt. Verwickeln, verwickelt, hat bestanden. A trece o probă, a-și menține părerea, a nu face concesii, a fi, a consta în. Verwickeln, verwickelt, 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 hat bestanden. Nu te poți sustrage acestei tendințe. Nu te poți sustrage acestei tendințe. Du kannst dich diesem trend nicht ințin. Ceea ce se cere acum este să nu ne pierdem capul. Es gilt jetzt nicht den Kopf zu verlieren. Es gilt jetzt nicht den Kopf zu verlieren. Die jüngsten ereignisse gebieten weiterzumachen. Die jüngsten ereignisse gebieten weiterzumachen. Ein cowboy stürmte in den saloon. Ein cowboy stürmte in den saloon. Cine candidează împotriva președintelui? Wer tritt gegen den vorzitzenden an? Wer tritt gegen den vorzitzenden an? Nu vreau să fiu pupată de oricine. Ich will nicht von jedemann geküsst werden. Otmar a fost acuzat de părăsirea locului accidentului. Otmar a fost acuzat de părăsirea locului accidentului. Otmar wurde der fărăflucht angeschuldigt. Acțiunea s-a bucurat de mult răsunet. Die 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 acțiunea traf auf eine breite Resonanz. Sackul cântărea exact umquintal. Sackul cântărea exact umquintal. De acțiunea s-a bucurat de mult răsunet. De acțiunea s-a bucurat de mult răsunet. Acțiunea s-a bucurat de mult răsunet. Rauchen, raucht, rauchte, hat geraucht. Acțiunea s-a bucurat de mult răsunet. S-a dat de înțeles că energiile alternative ar putea înlocui petrolul. S-a dat de înțeles că energiile alternative ar putea înlocui petrolul. Es wurde angedeutet. Die ernoiebaren energiin könnten das öl ersetzen. Regizorul a avut ideea nebunească să distribuiem toate rolurile numai actrițe. Regizorul a avut ideea nebunească să distribuiem toate rolurile numai actrițe. Regizorul a avut ideea nebunească să distribuiem toate rolurile numai actrițe. Isabel le aluat bacalaureatul. 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 Mai ne se hotărăște cine va fi ales cancellar. Măi ne se hotărăște cine va fi ales cancellar. Măi ne se hotărăște cine va fi ales cancellar. Faptul că ea îl ignora îl zgandărea și mai tare. Faptul că ea îl ignora îl zgandărea și mai tare. Faptul că ea îl ignora îl zgandărea și mai tare. Reizte îni noștere. Făticei de licuasă. Făticei de licuasă. Das Mädchen ist entzückend. Projektul nostru va reuși. Unser Vorhaben wird klappen. Projektul nostru va reuși. Unser Vorhaben wird klappen. A jubila, a exulta. Jubel, jubelt, jubelte, hat gejubelt. Jubel, jubelt, jubelte, hat gejubelt. Kurierul a predat pachetul la filiala Postei. Der Bote gab das pachet in der kleinen poststelle auf. Kurierul a predat pachetul la filiala Postei. Der Bote gab das pachet in der kleinen poststelle auf. Musiker mei fi mers, dar bufetul la Post's lab. Die Musik wäre noch gegangen, aber das Buffet war schlecht. Musiker mei fi mers, dar bufetul la Post's lab. Die Musik wäre noch gegangen, aber das Buffet war schlecht. Musiker mei fi mers, dar bufetul la Post's lab. Musiker mei fi mers, dar bufetul la тутカット. Asy deplazo pe apop. Menn of dem Wasser. Asy deplazo pe apop. Men auf dem Wasser. Julia hat sich ein kleines Hündchen gelegt. Julia brachte ein kleines Hündchen an. Julia hat sich ein kleines Hündchen gelegt. Julia hat sich ein kleines Hündchen. Julia hat sich ein kleines Hündchen gelegt. Dieses Thema ist längst behandelt. Buna Kuvienz, Ocere! Das gebietet der Anstand. Buna Kuvienz, Ocere! Das gebietet der Anstand. Nu pot să țin minte totul. Ich kann das nicht alles im Kopf behalten. Nu pot să țin minte totul. Nu pot să țin minte totul. Nu pot să țin minte totul. Die Sitzung fing um neun an. Să dința început la nouă. Die Sitzung fing um neun an. Die Waage neigt sich nach dieser Seite. Die Waage neigt sich nach dieser Seite. Discuțiile au fost interceptate de poliție. Die Gespräche wurden von der Polizei abgehört. Discuțiile au fost interceptate de poliție. Die Gespräche wurden von der Polizei abgehört. Ob der Strick noch hält. Oare Franghia o să mai țină? Ob der stric noch hält? Mama i-a făcut un sandwich cu salam. Die Mutter hat sein Frühstücksbrot mit Salami belegt. Mama i-a făcut un sandwich cu salam. Die Mutter hat sein Frühstücksbrot mit Salami belegt. El-a murit pe trei august. Er ist am 3. August gestorben. El-a murit pe trei august. Er ist am 3. August gestorben. Pe acoperiși ra un turns veld. Auf dem Dach saß ein schlanker Turm. Pe acoperiși ra un turns veld. Auf dem Dach saß ein schlanker Turm. Lena poate să vadă de copii? Can Lena die kinder hüten? Lena poate să vadă de copii? Can Lena die kinder hüten? Profesorale transmită eleviilor cunoștințe de literatură clasică. Die leererin bringt den schülern die klasische literatur nahe. Die leererin bringt den schülern die klasische literatur nahe. Asta man fúria claculme. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Die Ausstellung erfreute sich regen zu Spruchs. Die Ausstellung erfreute sich regen zu Spruchs. Femeia făcea trotuărul. Die frau ging anschaffen. Mormantule de mult săpat. Das krab ist längst gekraben. Mormantule de mult săpat. Das krab ist längst gekraben. Komportamentul său îl caracterizează ca un tip onest. Komportamentul său îl caracterizează ca un tip onest. Sein verhalten kenzeichnet ihn als einen anständigen man. Der angeklagte wurde mit einer milden strafe belegt. Der angeklagte wurde mit einer milden strafe belegt. Maschina aceasta consumă numai 5 litri la suătă. Maschina aceasta consumă numai 5 litri la suătă. Dieser Wagen braucht nur auf 100 km. casulafost rezolvat. Casulafost rezolvat. Der Fall wurde aufgeklärt. A realisar a efectuat. A realisar a efectuat. Leisten, leistet, leistete, leistete, leistete. Verschafft, verruciate, leistete, leistete, le caricatturnară. Apropos. Verschaffen, Verschafft, Verschaffte, Hat Verschafft. Die Farben ändern oft ab. Deseori culorile variază. Die Farben ändern oft ab. Medicul a lucrat în cercetare la un institut renumit. Medicul a lucrat în cercetare la un institut renumit. Der Arzt forște an einem renumierten institut. Faktura o vom anexale Expeditie. Die Rechnung legen wir der Sendung bei. Faktura o vom anexale Expeditie. Die Rechnung legen wir der Sendung bei. Faktura o vom anexale Expeditie. 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 Warum soll den Politikern alles nachgeworfen werden? Warum soll den Politikern alles nachgeworfen werden? Planul prezintă o greșeală de construcție. Diesen plan haftet ein constructionsfehler an. De atunci s-a perfecționat mult la șah. Im Schachspielen hat er sich seither erheblich verbessert. De atunci s-a perfecționat mult la șah. Im Schachspielen hat er sich seither erheblich verbessert. Articolul conține ca teva idei valoroase. Der artikel enthält ein paar wertvolle ideen. Ni s-a tras atenția asupra prevederilor legale. Man verwies uns auf die Vorschriften. Ni s-a tras atenția asupra prevederilor legale. Man verwies uns auf die Vorschriften. Mă lua să m-ți-a lău. 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 Mie mi-ș-vindelte. A interveni în favoarea cuiva. Sich verwenden. Verwendet sich. Verwendete verwandte sich. Hat sich verwendet verwandt. A interveni în favoarea cuiva. Sich verwenden. Verwendet sich. Verwendete verwandte sich. Hat sich verwendet verwandt. A rezultat din ceva. A încetat rezistența. A se preda. A se resena. A se împăca cu soarta. Sich ergeben. Ergibt. Ergab. Hat ergeben. A rezultat din ceva. A încetat rezistența. A se preda. A se resena. A se împăca cu soarta. Sich ergeben. Ergibt. Ergab. Hat ergeben. Portarul i-a pasat mincea fundașului stanga. Portarul i-a pasat mincea fundașului stanga. Der Torwart spielte den bal an den link-verteidiger ab. Biciclistul accidentat mergea fără lumină. 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 Cumpărătorul i-a Der Käufer beanstandet, dass die Ware nicht seinen Erwartungen entspricht. Aschfixer Sich die anschnallen, schnallt sich an, schnallte sich an, hat sich angeschnallt. Aschfixer Sich die anschnallen, schnallt sich an, schnallte sich an, hat sich angeschnallt. V-am învățat întotdeauna să fiți cinstiți. Ich habe euch immer zur Ehrlichkeit erzogen. 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 Raten Rät 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 Hat geraten Rät 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 Costumului vine bine. Der Anzug passt ihm gut. Puteți cumva să porniți ventilatorul? 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 Martorul s-a încurcat în afirmații contradictorii. Der Zeuge verwicălte sig în vidersprüche. Martorul s-a încurcat în afirmații contradictorii. Der Zeuge verwicălte sig în vidersprüche. Vorbitorul a fost prezentat de rector. Der Redner wurde vom rector vorgestellt. Vorbitorul a fost prezentat de rector. Der Redner wurde vom rector vorgestellt. Amanința pe cineva cu ceva. Amanința pe cineva cu ceva. Amătura a curățat ceva. Amătura a curățat ceva. Kieren, Kert, Kerte, Hatke Kert. Împotriva acestui proiect s-a protestat din multe direcții. Împotriva acestui proiect s-a protestat din multe direcții. Gegen dieses proiect wurde vielfach angegangen. Se spune că tot străbuie să se întoarca. Se spune că tot străbuie să se întoarca. Es heißt, die müssen alle zurück. Pentru marfa asta trebuie să plătiți. Diese waare müssen Sie făzolen. Pentru marfa asta trebuie să plătiți. Se spune că tot străbuie să plătiți. Se spune că tot străbuie să plăteți. Se spune că tot străbuie să plătirem. Se spune că tot străben. Se spune că tot străbuie să plătirem. Așa yeah. Cu bet찮. Să ne putția. Assemble da? Sich betrinken, betrinkt sich, betrankt sich, hat sich betrunken. Die EU-bürgeri empfinden, dass Parlamente stärker an Entscheidungen teilhaben müssen. Die EU-bürgeri empfinden, dass Parlamente stärker an Entscheidungen sind. Die EU-bürgeri empfinden, dass Parlamente stärker an Entscheidungen teilhaben müssen. Die Mutter kauerte neben dem Kind. Die Mutter kauerte neben dem Kind. Der Verlag hat dieses Buch bis an der es aufgemacht. Der Verlag hat dieses Buch bis an der es aufgemacht. Der Weg läuft durch den Wald. Der Weg läuft durch den Wald. Heute widmen die Menschen dem Fernsehen viel Zeit. Heute widmen die Menschen dem Fernsehen viel Zeit. Das chinesische Außenministerium richtete eine Mahnung an die USA. Das chinesische Außenministerium richtete eine Mahnung an die USA. Ich bin in Geschichte abgefragt worden. 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 Ich bin ich Ihnen bzw. Es steht fest, wo wir uns treffen. Es steht fest, wo wir uns treffen. Entschuldigung, ich habe Sie angestoßen. Entschuldigung, ich habe Sie angestoßen. S-au constatat frecvent încălcări ale drepturilor romului. Es wurde häufig gegen die Menschenrechte verstoßen. Es wurde häufig gegen die Menschenrechte verstoßen. Er hat alle Menschen in seiner umgebung misachtet. Er hat alle Menschen in seiner umgebung misachtet. Wie gefällt es Simon im Kindergarten? Wie gefällt es Simon im Kindergarten? Adunarea incepe la ora 19. Die Versammlung geht um 19 Uhr. Die Versammlung geht um 19 Uhr. Sie are lea au publicat și tira pe prima pagina. Sie are lea au publicat și tira pe prima pagina. Die Zeitungen brachten die Meidung auf der ersten Seite. Atopie Atopie Schmelzen Schmelzt Schmelzt Schmolz Hat geschmolzen Atopie Atopie Schmelzen Schmelzt Schmolz Hat geschmolzen Tom și Anja Tom și Anja au căutat ciuperți în pădure. 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 Tom și Anja eutat ciuperți în pădure. Ein Teil der Sachen wurde zur Seite geschafft. Ein Teil der Sachen wurde zur Seite geschafft. Meine Uhr steht seit gestern. Meine Uhr steht seit gestern. Sein wahrer Charakter hat sich doch gezeigt. Sein wahrer Charakter hat sich doch gezeigt. A controla, a verifica după anumite criterii. A controla, a verifica după anumite criterii. Prüfen, prüft, prüfte, hat geprüft. Die Kinder stürzten sich auf den Pudding. Die Kinder stürzten sich auf den Pudding. Die Kinder stürzten sich auf den Pudding. A se război cu cineva. Sich bekämpfen, bekämpft sich, bekämpfte sich, hat sich bekämpft. Die Anleihe wurde aufgenommen. Die Anleihe wurde aufgenommen. Die Anleihe wurde aufgenommen. Die Anleihe wurde aufbänt. Die Anleihe wurde aufgrund der Nacht cooler. Anna hat die ganze Nacht gehustet. Viele träumen davon, dass es eines Tages eine vollkommen seculare Welt gibt. Viele träumen davon, dass es eines Tages eine vollkommen seculare Welt gibt. Ich möchte mich in den Englisch kurz einschreiben. Ich möchte mich in den Englisch kurz einschreiben. Er hat sich so gefühlt, als ob er der Chef gewesen wäre. Er hat sich so gefühlt, als ob er der Chef gewesen wäre. Er kann sich nur durch ständiges Training verbessern. Er kann sich nur durch ständiges Training verbessern. Er kann sich nur durch ständiges Training verbessern. Michael war überzeugt, die Lösung gefunden zu haben. Michael war überzeugt. Er hat sich so gefühlt, die Lösung gefunden zu haben. Er hat sich gearbeitet. Er hat sich gearbeitet. Er hat sich gearbeitet. Er hat sich für die Temperatur in Ordine. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Er hat sich auch die Temperatur in Ordine zu verändern. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Man müsste diesen Leuten punktlichkeit beibringen. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Well, der Hecht wird aber richtig geschehen. Er hat sich für die Temperatur in Ordine zu verändern. Der Regen wird von den Bäumen ab. Der Regen tropft von den Bäumen ab. Die Menschenmenge hat sich verlaufen. Die Menschenmenge hat sich verlaufen. Ich habe mir einen abgefroren. Ich habe mir einen abgefroren. Ich weiß, wie der Name ist. Ich kenne sie dem Namen nach. Ich kenne sie dem Namen nach. Du solltest dich gegen Wundfieber impfen lassen. Du solltest dich gegen Wundfieber impfen lassen. Drei Leute haben sich krank gemeldet. Drei Leute haben sich krank gemeldet. Die Bilder sind geliein. Die Bilder sind geliein. Uli hat dafür gesorgt, dass das Seehofer nicht gebaut wird. Uli hat dafür gesorgt, dass das Seehofer nicht gebaut wird. Wie schnell kann man nach einer kniegelenkoperation wieder ohne Gehilfe gehen? Wie schnell kann man nach einer kniegelenkoperation wieder ohne Gehilfe gehen? Ich habe mich darin getäuscht, dass ich ihn für ehrlich gehalten habe. Ich habe mich darin getäuscht, dass ich ihn für ehrlich gehalten habe. Sind Sie ermächtigt, die Verhandlungen zu führen? Sind Sie ermächtigt, die Verhandlungen zu führen? Leiten Sie bitte diesen Antrag Abteilungsleiter. Leiten Sie bitte diesen Antrag Abteilungsleiter. Dieses Interesse wurde die offiziellen Medien angeregt. Dieses Interesse wurde die offiziellen Medien angeregt. Sie bitte diesen Antrag Abteilungsleiter. afiposibil. sich lassen, lässt sich, ließ sich, hat sich gelassen. sich lassen, lässt sich, ließ sich, hat sich gelassen Ich kenne ihn noch vom Studium her 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 Vorschlagen Schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen Vorschlagen Schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen Ich kenne ihn noch vom Studium her 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 ASer Ich kenne ihn noch vom Studium her Sie kommen nicht mehr dazu? Diesen Antrag zu unterzeichnen Ich hatte mich außer Atem gelaufen. 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 Ich habe mich außer Atem gelaufen. Ich hatte mich außer Atem gelaufen. Ich hatte mich außer Atem gelaufen. Ich habe mich außer Atem gelaufen. Es wurde um Hilfe gerufen. Keine Ausfaschiatka Priwara. Die Hunde rissen das Reh. Keine Ausfaschiatka Priwara. Die Hunde rissen das Reh. Permanent aparte ori in noi. Neue teorien werden laufend entwickelt. Permanent aparte ori in noi. Neue Theorien werden laufend entwickelt. Permanent aparte. Permanent aparte. Vielen Dank.